hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge minecraft skywars auf meinem kanal skywars ist schon etwas länger her das letzte mal habe ich es vor ein paar wochen mit mir juli gespielt aber so alleine skywars ist lange her und das machen wir heute mal wieder und dabei kann ich gleich erstmal sagen einigen von euch ist vielleicht mittlerweile mal aufgefallen dass ich am ende der videos mittlerweile immer so in anführungszeichen auto habe mit der youtube funktion des abspanns die ich übrigens ziemlich gut finde mal grüße an dieser stelle finde ich nice was sie dann mal wieder ermöglicht haben ist ein tolles feature wenn das noch nicht kennt dann bleibt einfach bis zum ende dran weil in diesem video gibt es das garantiert auch wieder und ein leck nein nicht sein ernst oder und in diesem video werde ich wenn ich daran denke und es zeitlich noch schaffe auch mal wieder den replay mod benutzen weil den gab es ja jetzt auch schon längere zeit nicht mehr zu sehen und ich muss sagen dass ich diesen mod immer noch richtig gut finde und ich mir demnächst auch mal die neue version dies mittlerweile wahrscheinlich gibt dafür installieren werde weil ich dann halt schon sagen muss dass momentan beim hin und her springen und erstellen der kamera fahrten im mod definitiv noch ein bisschen an der optimierung schraube gedreht werden kann für die leistung denn es ist teilweise so dass mich dann hier sitze und halt immer eine halbe minuten warten muss bis ich dann zu dem punkt in der timeline springen kann wo ich hin springen will das heißt das hin und her spulen und somit das ab timen der kamera fahrten erweist sich dann doch als langwierige arbeit so in der mitte ist irgend so ein idiot von da oben kommt einer aber ja so weit oben wie der ist guckt er mich glaube ich erstmal nicht ja will sie runter springen hier steht sie da wo willst du runter kommen er will okay hui habe auch kein healing das ist das ist super optimal eng gegen schon oder was shit man da hat eine stärke ich glaube der detox da hat stärke drin nein so dritter versuch vielleicht kommen wir jetzt mal ein bisschen weiter das ist ja echt nicht wahr ich sterb hier so schnell muss mal gucken dass ich jetzt hier anfangen was zu reißen da muss ich mich auch ein bisschen mehr konzentrieren und ich kann dabei nicht so viel labern wie ich gerne würde so aber jetzt erstmal brauche ich mich hier in der schutzzeit noch blitzschnell zum gegner rüber dann hätten wir nämlich gleich wahrscheinlich den ersten kill gut ja wie auf meinem kanal wie es so weiter geht also ich denke mal ich meinen normalen upload plan weitermachen werde das bedeuten die sind zu dritt da what are they doing achso stimmt ja ah abgestoppt werden das sind die am tun mercedes benz bank premium da würde ich mir sofort einen kredit nehmen aber nicht um mercedes zu kaufen obwohl ne kommt auf den zinssatz an den die anbieten kumpass zeigt so nach ah da kommt auch wirklich jemand hat mich schon gefragt wurde lol na huuuu alter ja bin auch nicht so optimal equipped würde ich es mal meinen ähm ah ich wollte gerade fragen was er mit seinen 20 labermachen gemacht hat die man in dem kit hier hat da ist der beat da ist der beat mit ihre kindinnen eben Nein, nicht lecken. Oh, er leckt anscheinend. Dann gehe ich mal, weil ich sozial bin. Warte. Weil ich ihn so aufgeschlagen habe. Hier. Aber jetzt höre ich ihn nochmal an. Oh, er kann nicht brennen. Leckt er selber? Oder bin ich das? Hallo? Oh, hi. Hu. Hu ist in der Runde. Fick geht's. Ja, gg. Hu ist gerade in der Runde. Hallo. Oh, er hat das Spiel verlassen. Lol. Joa. Also, ich glaube, gerade ist einfach das Spiel gecrashed oder so, weil sonst wüsst ihr echt nicht, was er da getan hat. Also, entweder der hat, ich nehme an, der hat entweder geleckt oder sein Spiel ist gecrashed. Das wären beides mögliche Sachen, die passiert sind. Weil er hat halt auch einfach kein Lockback bekommen. So, auf zum Nachbarn. Das Spiel kennen wir schon. So, wir stellen uns in die Ecke. getrackt. Ähm, war es nicht besonders schwer. Loll, er hat überlebt. Nö. Ich kann schon sagen, ich hätte gerade Fallschaden gehört. Hat mir Angst gemacht. Deswegen, ähm, switche ich auch sofort hier auf die vorsichtige Spielvariante und stelle mich erst mal unter. Ah ja, da hinten kommt auch jemand. Nein! Was mache ich? Ich schlag so tausendmal dran vorbei. Was war das denn? Ich hätte ihn so haben können. Was mache ich? So, ich will jetzt mal eine Runde gewinnen, Mann. Come on. Das kann ja nicht so schwer sein, Mann. Oder bin ich heute einfach zu blöd? So, come on. Equip haben wir jetzt mal schon mal. War da was drin? So, kommt was. Ähm. Ja, der Porto sieht gleich in die Mitte, aber der ist näher dran. Außerdem kein mehr hinterher, Porto. Also, let's go. Bitte sag jetzt nicht, dass er es war, der gerade gestorben ist. Nein, er war es nicht. Aber ich glaube, der baut sich komplett in die Mitte. Nee, nee. Doch nicht. Sind auch keine Löcher irgendwo. Nein, ich hab ein Leck. Nein! Ja... 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. What is his plan? Sein Plan ist, das etwas zu entschalten. Entscheint er wirklich? Oh Gott. Ist ja gerade runtergesprungen. Ender Palletakt. Ich habe eine Runde gewonnen. Ease, 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 Ease. Ah, letzte Runde. So, jetzt wo ich eine Runde gewonnen habe. Ha. Alter. Das tat mir jetzt gut, gerade mal eine Runde zu gewinnen nach den 30.000 Fails in dieser Folge. Neh, 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 neh. Ja, da hat er den Hit kassiert. Und dann zieht er auch gleich durch. Nice. 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 So, come on. Come on. Come on. Come on. Nice. Oh Loll, da steht er da um die Ecke, Mann. Nein, ich bin so schlecht geworden, Mann. Aber damit würde ich sagen, wir lassen es für diese Folge bei diesem Tod. Ich muss vielleicht mal wieder ein bisschen trainieren, weil das ist nicht gut, was ich momentan gemacht habe. Nein, das kann so nicht weitergehen. Ich muss noch kurz hier den Mesh-Coil machen, der gerade mal einen schönen Stuff lootet. Weißt du, der Schilder mit seinem scheiß Knockback-Schwert, ne? Das darf auch nicht wahr sein. Na gut, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 Leute, das ist gut. Tschüss. Ciao. 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 Ciao.